Natürlich werden viele Leute denken oder befürchten, dass es kompliziert ist. Aber sehen Sie mich an, glauben Sie, ich weiß etwas über Investitionen? Natürlich nicht. Ich habe nur auf Leute gehört, die sich damit auskennen und diese Methode bereits ausprobiert haben. Das ist mein Geheimnis, dass es mir erlaubt, jeden Tag ab 2800 Euro an Investitionen zu verdienen. Und jeder kann auch davon profitieren.